BAM! BAM! Verbleiben, eine Minute, elf. Da sind wir auch schon bei. Willkommen im Stream, falls einer drin sein sollte. Oh, drei Stück schon. Moin. Servus. Wir warten hier auf die krassen Kommentare. Wo sind die? Wer sind die Aktiven? Heckwine, okay. Digga, ich hasse diese Spasten, die in der Lobby was kaputt machen müssen. Moin, darf ich mitspielen? Please, bin on. Ja, gerne. Schreib einfach rein, wie du heißt, falls ich dich nicht geändert habe. Wenn sonst, Gruppe ist eigentlich öffentlich. Ja, Gruppe ist öffentlich, kannst du einfach beitreten. Ich springe extra jetzt raus, damit du gleich mitspielen darfst. Wäre, wenn du dann auch noch aktiv bist. Und dann... Ja, schon, ja. Meinetwegen können wir Sniper nicht spielen. Creative, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, weil dann habe ich wieder null Zuschauer. Wenn niemand mich im Creative sehen will. Ich habe ja nicht so Bock drauf. Du wart. Ich habe, wenn du deine Kinder gemacht hast. Ich habe es dir höchst. Ich habe geoffert. Ich habe den Bürgarten- es ist so dumm dieses spiel wahrscheinlich oder 20 leben es ist so dumm auf ps4 you get hacked okay und auf epic abo gegen abo hab dich auch abonniert kannst du mich zurück abonnieren guck mal der typ ist schon nett wie er es reinschreibt game bro germany gerne habt ich jetzt auch abo warte habt ich jetzt auch abonniert bin dein 642 abonnent und stream leid ihr mann liken soll ich auch liken oder was gerne doch ab 1000 abonnenten habt geliked hätte warum guckt er da denn jetzt zu dir geist ist so wieder so dumm dieses spiel danke wo das ist korrekt kuss küsschen aufs nüsschen späßchen als häschen macht viel hier heiße ich er schreibt rein nike bot schreibt rein warte wie heißt der typ noch mal auf ps4 ein spieler petritte Das war's für heute. Was nix ist die Lone als Blut? Nee. Key Station Network. Moin. Moin. Ich bin ganz kurz zum Fortnite. Dann spiel ich noch irgendeine Runde und verkack eben, ne? Ja. Hört man dich? Ja? Was? Nichts. Ich bin bei dir schon seit knapp 500 Abustörer, oder wie viel das war? Naja, ich bin bis auf Mob. Kannst du dich lauter stellen? Ich verschehe fast nicht. Besser? Ja. Bisschen. Äh, ich bin ganz kurz bewegt was. Toblette, jo. Äh, ich bin ganz kurz bewegt was. Wo sind die Aktiven? Ja. 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 Moin. Weißt du, wie man viele Zuschauer bekommt? Ey, ich bin fast gelandet, jetzt kann ich da nicht gucken. Ah, jetzt bist du mal da losfallen. Nee, jetzt spiel ich erstmal, jetzt bin ich auch am streamen, bin gleich wieder da. Ey, Digger. Ich guck jetzt, wie viele Abonnenten, der hat YouTube-Kenner. Ja, weil ich mit dir zocken wollte. Ja, oder go streaken, aber jetzt müssen wir vorne, nein, ich bin jetzt höchstweam angeschmissen. Txler, L-E-T-S-P-L-A-Y, die war einfach Txler ein, Marvin, ich denke, den laden wir mal ein. Schwimmen mit seinem Bruder, nämlich Fußball. Wir gehen mal auf Beitritt. Ja, dann schreib mal was rein. Abonnier mich und like mich. Hast du mich abonniert? Hallo? Ich mach auch Videos. Digga, kannst du mich trotzdem abonnieren einfach? Spam jetzt einfach. Oh, warte mal, ich mach mal Spielchat. Hallo? 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 Ach, ich? Nichts, warte mal. Wie heißt du auf YouTube, Johan Zock? Unterstrich, YouTube 3. Das gibt's nicht mehr auf YouTube, oder? Ja. Ich hab mich auch genannt. Ja. Wie heißt du? Mv2.karma. Deine PC-Smiley. Ja. Du musst den PC-Smiley nicht eingeben. Weißt du noch, wer ich bin? Ja, ich mach jetzt Partychat. Abdullah, mach Partychat. Ey, Digga, los, Palme. Komm doch auf, Partychat. Was quittest du? Ich bin doch im Partychat. Du hast Partychat verlassen, aber du spielchat. Tret mir mal alle Party bei. Wer ist da paid? So lange, dass ich dich nicht bei mir am Spielen mitmeldet, gibt's ne Anzeige. Mach mal. Und jetzt du bitte. Ey, Digga. Wo ist los, Palme, jetzt? Ja. Wäre ja mal korrekt von dir, wenn du mal drin wärst und aktiv wärst. Perfekt. VxRenoy. TixelsFly hat dich jetzt abonniert. Bin dein 53. Abonnent. Aha. Likebot ist ein Bot, falls du das nicht weißt. Viele wissen das nicht. Los, Palme tritt jetzt auch nicht mehr Party bei. Ich raste hier gleich aus. Perfekt. Ich glaub, ich entferne mal alle Mods, die nicht aktiv sind. Ich auch nicht. Wir warten jetzt gerade nur noch auf den Rack Gang. Ich glaub, er ist da. Hallo? Hallo? Ne, wir warten auf den YouTube-Get-Racks. Deswegen. Ich schieße mit Bedacht. Ne, äh ja. Was? Vor zwölf Wochen oder so. Aber vor zwölf Wochen war geiler. Leandro ist der Gruppe beigetreten. Ich lade Leandro mal Party. Digga, wenn mein Playstation schneller laden würde, würde ich ihn jetzt schon einladen. Ich hab ihn eingeladen. Lerandro. Piff die Bomb jetzt für dich. Ich war früher mal krass, aber im One-Shot. Das ist laut nicht. Das heißt, es lebt nicht. Das heißt, es lebt nicht. Warte, er ist One-Shot. Das ist laut. Leandro überlebt, bitte. Ach, das ist nicht Leandro. Hi, hab abonniert jetzt du mit Like. Okay, mach ich. Hab auch abonniert. Warte, liken tue ich gleich. Geh ins Maisfeld. Geh ins Maisfeld. Digga. Geh ins Maisfeld. mir werden die schritte angezeigt wurde er ist deswegen wusste ich wo er ist wenn mich jetzt wer so trifft ich raste aus ja hier lag irgendwo noch eine heavy sniper die hatte ich ja irgendwo hier hingelegt hier ist noch mini das war noch ein bisschen holz der gemein im winter sortierung kann man überstreiten links von uns mir auch das liegt glaube ich das hier bei mir nein jetzt auch da 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 kevin hi hallo hallo meine güte bist du früh da spaß ja ich hab's gehört das ist in einer runde drin er trifft nicht glaube ich glaube ich auch glaubt ihr keine sniper aber muni hä ich wurde gehittet aber irgendwie doch nicht wo markier mal bitte ich sehe die markierung von oben sieht man wo einer ist folgt mir mal hier ist noch ein jagdgewehr komm her wenn du einen heavy sniper willst die zone was hier ist auch ein gegner ich nehme ein medkit mit ghost ist von wo weißt du wo ich versuche zu laufen ne wenn du stirbst ich kann dich nicht holen nein bitte überlebt zone ist nicht ganz weit kommen das schaffst du ja ich glaube ich schaff's auch nicht ja ich hab zwei medkits aber ich habe angst dass er mich neid das ja nein 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 in der zone erst ich schaff das zu 100 prozent aber ob er mich trifft ist die frage solange er nicht auf mich neid ich glaube er denkt ich war nicht dein mate er will ja auch zone weil er weiß auch dass er stirbt wenn er es nicht ohne schaff deswegen stelle ich mich so hinters auto wenn ich so geholt werde ist bitter hab euch alle jetzt ihr sonst der wo hi hab jetzt du mit like ja ich hab doch schon eben dieser typ der reingeschrieben hat sonst der wo ok sonst der wo merke ich mir weißt du was alle die reinschreiben sonst der wo abonnieren nicht mal die abonnieren nicht mal wir lassen clients die halt da lassen sind Oh, okay, dann bin ich noch. Okay. Okay. Oh ja, das schaffe ich zu 100% nicht. Klar, ich warte bei 20 Leben. Ja, wenn ich das schaffe, bin ich auch... Ja, nee, das ist unmöglich. Es ist so dumm, dass es kein Jump Pad mehr gibt, Digga. Ich glaube, ich schaffe es nicht, ja. Digga, so dumm, dass man gegen solche Lappen spielen muss. Ja, sowas. Guck, wenn ich es gleich mit einem HP nicht rausschaffe, wegen einem HP, dann kommt es da vorne hin. Jetzt muss ich... Alter. Ich gönne mir diesmal aber bei 30, dann habe ich trotzdem noch 10. Wenn er mich so runterzieht jetzt, ne, ich raste aus. Nein. Jetzt ist die 2er-Ticks. Eigentlich sollte ich das bei 20 schaffen. Wenn ich bei 20 angefangen hätte. Komm, das schaffe ich. Ich schaffe es. Wuhu. Da, da, da. eben ein paar Metz holen so sieht mich keiner so sieht mich keiner hoffentlich ah ja gehst du in die vierte klasse erste mal klassenfahrt für dich oder wie schnell ist in die zone wenn du gegner siehst hier ist eine ruine die habe ich ja noch nie gesehen der gibt es hier steht in dem modus aber nur in lucaps oder so oder so oder ich glaube da war einer sie ist ich habe siehst du ein gegner ich sehe nicht ein wir werden nur die schüsse angezeigt der trappte ihn ist jetzt aber auch nicht gerade dumm eins zu fix ich werde gepusht so 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 Ah ja, maybe. Vielleicht. Wo ist die Falle, Digga? Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Was ist der? Ist der da? Ist der da? Wenn er mich jetzt noch einmal hüttet. Ghosted. Gut, dass er geschossen hat. Das war mein Ziel. Ey, es lag gerade bei mir. Ja, Digga. Erster Kill, Digga. Er trifft ein Lucky Headshot. Digga, es ist so dumm. Dieses Wassermann erkennt nicht, wo er ist. Digga, sein allererster Win wahrscheinlich auch noch. Es ist so dumm, dieses Spiel. Hallo? Hallo. Ich glaube, mein Game hat sich aufgepackt. Ich könnte ganz kurz mal starten. Ganz kurz. Das Eier. Nein. Das war. Quatsch, ganz kurz. Das Stock auf, kurz mal. Ist der heute nicht schlimm? Ich bin ganz gern. Ich bin ganz gern. Ich bin ganz schön. 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 Ich bin wirklich enorm. Ich bin aus dem Hummer crap. Ich bin ganz einaces 느ulagard. Ich bin Deutschlanduell. Der war ja auch Au reichuar, Region Dzaz Hanukoli... was ist dein ziel mit den abos? was? was ist dein ziel so mit den abos? hunderttausend eigentlich ist mein ziel 2000 und gerne elf aktive immer so weißt du elf aktive ist schon ziemlich inaktiv warte jetzt ich bin gerade in lade du? ok ab du la tschau hau rein jetzt können wir sniper modus spielen hoffentlich raste ich da nicht wieder so aus weil ich von einem typen geholt werde der seinen ersten kill gegen mich macht und soll ich bei der season spiel zu? ende 3 von mir sieht man dass ich da auch schon ein bisschen länger spiele was? von mir sieht man dass ich glaube schon ein bisschen länger spiele leandro jetzt trittst du bei ne? abdulla war ihm die ganze zeit online abdulla musste jetzt aufgehen ja egal wir spielen jetzt eben noch die runde hier zu ende ich versuche mein bestes wieder ich versuche mein bestes wieder hallo abdulla abdulla jetzt leandro da abdulla jetzt leandro da abdulla jetzt leandro da man es ist so dumm dieses spiel warum macht eine spitzhacke 22 schaden digga kann sie nicht direkt 100 machen? das spiel ist so dumm ja auch was ist das für eine legendäre pink nicht mal eine hundertste aber trifft ihre fährt schon schäuere 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das hier soll No Copyright sein. Das hier soll No Copyright sein. Wo ist Leandro oder Leandro hat Grapati wieder verlassen. Ich glaube, der ist auf Brüder. Ich habe eben gesagt, ich hasse diese Leute, die die Sache kaputt bauen, aber jetzt werden mir bestimmt auch noch. Hallo, bist du da, Hex? Erfängt mein Kindkollege ist nicht da. Maybe you springen raus. Maybe you springen raus. Ah ja. Das ist ein Hypermodus. Ja. Ich wusste nicht, ob du ein Hypermodus wolltest. Das ist ein anderes. Das ist ein Verschluss, du bist viel zu leise. Du bist schon längst draußen. Nein. Du bist da hinten. Ach so, ich bin schon längst draußen. Ich dachte, der Modus ist schon längst draußen, meinst du? Nein. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe gar nicht Waffe. Ich versuche einfach zu überleben und wir treffen uns gleich. Ich nehme zu. Ah ja. Das ist nicht gleich. Scheiße. Ich versuche es nicht. Auch nö, das hat der limitierte Metz. Können wir in gleich einen anderen Modus spielen? Ja, können wir jetzt schon. So, ich verlasse mich oder mich umbringen? Es ist mir egal, wenn du willst. Sag an. Ja, mach. Ich mach. Okay. Hab. 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 Jetzt, du. Okay, YouTube-Region. Hab dich jetzt auch abonniert. Okay, ich verlasse. 1771-Fabonnement. YouTube. Digga, er hat nicht verlassen bei mir, Digga. Ich hasse das. Verlässt ihn nie bei mir. Ich hasse es. Ich habe, 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 ich habe. Ich habe, 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 ich habe. Perfekt. Es ist gerade schon ein bisschen langweilig. Die Tür macht wieder nicht fertig. Hallo? Die Tür macht wieder nicht fertig. 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 Jetzt muss ich alleine spielen. Die Tür macht wieder nicht fertig. 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 in europa ich weiß nicht ob es in china oder so was anderes gibt noch ein dümmeres spiel aber vorheit ist das dünnste spiel der welt ich fühl es schön im dus oder ich habe hier zu schauen dann doch nicht pukitata hi kann in 20 minuten mitspielen ghost isa ok an ak hallo wenn ihr alle mitspielen wollte dass wir gerne machen ich wollte gerade sogar wenden weil ich gerade gar keinen punkt mehr hatte aber wenn ihr doch und kommt dann muss ich und so leistung verdrungen holen ist auf jeden Fall groß wir haben so was geht ja alles geht eigentlich kann ich mich erinnern heißen hier ist nie 1100 1100 1150 und richtig getippt ein kurschon ich hoffe der hat jetzt verschickt grüßen ich grüße dich Pukki Taka gibt es Boote in dem Modus? Weiß das einer? Bastardo? keine Beleidigung ich weiß auch nicht was das heißen soll falls es eine andere Sprache sein soll ja warum gibt es eine andere? sechs Zuschauer herzlich willkommen alle die mitspielen wollen können alle mit kannst du mich ändern heiße Spider Elsa werde gemobb wegen Nostringen ja ist nicht schlimm Nostringen dürfen alle mitspielen ich hab da auch nichts gegen mich hab dem Wettel passiert ist auch nicht André all mir hi ich werde den einnehmen ja weißt du überhaupt wer ich bin wer bist du? ich bin grad live wenn du zuschauen willst mach gerne Ehrenmann ja kein Ding kannst mich grüßen Lukas Kautz grüße dich ich bekomme stream an alle dürft alle gerne abonnieren guck auf YouTube Tixler Let's Play heißt ich da ich bin grad live gib einfach Tixler ein dann sollst du mich finden wenn eigentlich ein Tyler Let's Play kommt das bin ich nicht was spielt hier? ich spiel fortnite lehren pro spiel gta ja like bot ist nur ein Bot der wird euch nicht abonnieren auch wenn er schreibt dann habe ich dumm eingestellt den deiner Bälle bester YouTuber ah ja Tixler Let's Play ich hab abonniert jetzt du ok Ultra Goku oder Goku oder was weiß ich hab dich abonniert hab ich jetzt du ja du brauchst ich spam ich hab ich lese den Chat jede Nacht vor eigentlich wenn ich meine nicht vorlese ich hab dich jetzt schon abonniert ne was ey ich kann nicht lernen dann spiel ich mit denen ey ey spiel nur mit denen danke bitteschön kannst du mich adden heiße xx ey warte ich noch xx unterstrich wie weiter red razor red razor red ja ich mach ein ich mach einfach ein razor warte ich hol dings ich hol dings ich hol dings ja schick mir direkt fh please danke ja bitte mach ich gerne hab geedit hab geedit sorry war kurz PSN-Menü was geht junge bastardo sag mir bitte was bastardo heißt wenn das bastard heißt dann kick ich dich auf dem stream was aber was anderes heißt dann weiß ich das zu schätzen was hier gegen was ich habe hier einzigste ach wer hat sie denn vermisst ist halt noch hier braucht man noch Carlos jetzt lernt wo jetzt bist du mal da jetzt muss mich richtig hinsetzen mit deinem familie doch bis gleich kannst du noch drei stunden stream boah weiß ich nicht unwahrscheinlich keine familie heißt das war und vor allem ist leider auch geschützt digga warte ich glaube ich nehme doch lieber die mit was bin ich wieder für eine legende spaß kleine späßchen habe keine anfragen bekommen okay dann schickt du mir sonst einfach eine herzlich willkommen stream übrigens an alle mein neid bot schreibt sie jetzt rein bitte lukas war auf was da du weinst dann schön die habe ich aber alle aus outplay mit meinen fallen oder den da eben den letzten 50 lukas bastard schreibt man übrigens mit d und nicht mit c du hast einen neuen teil bekommen ja warte ich lese den teil und spiel vor und los antwort kann bei insta reingucken sind sag mal deine lieblings songs ja hier kann ich jetzt nicht sagen ich weiß ich nicht da muss ich erst noch nachgucken ich kann die nicht alle also ich kann nicht denken wir gar nicht am spielen und anzocken das geht nicht vor ich bin nicht gesnipet werden großer denn jetzt können doch du war das peinlich alter da wäre ich so wäre ich so jetzt verreckt ich hätte so verdient gab und mit er schreibt man es auch lukas jetzt bis zu weit gegangen lukas band für immer lukas kauf wurde von tics als play ausgeblendet lukas kauf wurde von tics als play für 300 sekunden weg gebannt und wenn man trotzdem ich kann dir keine anfrage schicken doch sollte aber gehen aktuell ist groß und klang so wie mein internet ist abgekackt erst eine schlimm kannst ich bin jetzt bloß beim kumpel leandro sind für freunde leandro perfekt jedenfalls teiler ist ein mann weg weil ich am handy war ja vier kids hatte ich auch geladen oder lapel und lapel zwei jahren kämpfen du lappen das bin ich teiler klatschig mal party ein und alle drin bleiben dort nicht lange wie lange ihr den blauen screen hier seht je nachdem vielleicht doch lange ich finde seinen namen nicht perfekt es dauert auch lange spaß ich habe eben auch mit auffüllen gespielt ich finde dich nicht ich schreibe jetzt so mal rein so sonst schreibst du noch mal dein rein sally und a kann a auch wie heißen noch mal tx leer ja kannst du mit nein kann ich nicht aber er schreibt mir im chat alle linken und abonnieren ja linken perfekt warum kann er nicht reden weiß nicht xx red razor auf psn oder epic sali bano wie du sollst mich abonnieren wenn du mit leandro reden willst schreib doch über mein live stream chat einfach spiel auf 4 4 ja aber auch dass dein epic name ist ich weiß nicht was passiert dass du richtig ich sehe ich weiß ich weiß nicht was passiert das herzlichen glückwunsch hör mal und da und dann hat hat mich herzlichen glückwunsch hör doch zu ich hatte so eine app da war noch einen gegner dann hat man das ist so mehr 20 leben es ist eins der fisch ist das dümmste spiel europas wird euch noch sagen du geh mal raus nein erde mal an die schokolade ich bin in seiner gruppe an die schokolade ok ich bin besser die schokolade die schokolade hat eine frabe kommt er die schokolade die erste meiner gruppe ja habe ich gemacht im konferen steht es bei der elsa 1 ja aber es bei der elsa 1,2 der namen richtig bei der elsa 1 so ich spiele jetzt erstmal mit denen hier go zero wenn du mitspielen willst auch kannst du nicht egal wir spielen jetzt eben eine so wie es geschrieben wurde von mir ja ich habe ich bin drin ich mache jetzt mal spielchats wir sehen uns hallo ja hallo wollt ihr das hier spielen oder pures gold ich bin so ganz normal aber ich bin mobile spieler und ich kann über lange zu mir reden ja wäre ehrenhaft von euch beiden wenn ihr mich abonniert habe ich schon ja ehrenmann ich komme gleich mal wieder ne hey wir sind im stream okay richtig peinlich man hört uns Oh, das war... Ja. Hört ihr mich? Hallo? Ja. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr eure Markierung machen? Dankeschön. Ja. Von wem hört man den Game Sound mit? Was? Bei Adi. Ich glaube von Adi, oder? Was? Man hört deinen Game Sound, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich verrufe... Liegt da... Liegt irgendwie da, mit der Spur. Entschuldigung, ich weiß nicht. Ja. Ey, was ey? Jandro. Was los? Oh, da schaffe ich... Ach, Digga. Seit wann machst du eigentlich YouTube? Seit 2016 bin ich dem Kanal beigetreten, aber seit 2018 eigentlich. Also ich gucke YouTube seit 2016. Digga, ich lege so hart. Wegen lassen. Ey, der ist okay. Komm. Helf mir mal bitte. Ich bin tot. Ja. Ich hab ne grüne Farbe als einer Frau. Ich bin richtig slow. Helf mir mal bitte. Bruh, ich bin heute die Händsche. Ja, wo liegt meine Kuh, alter? Ich bin der gleiche Sack. Hala, wo bist du, alter? Du bist so dumm. Ja, ich glaube, ja. Komm mal weg. Komm, ich schaff dir. Einer's knockt. Ich glaube, es ist noch einer. Ich wollte reinkommen. Achso, ja, sorry. Ich komm, ich komm. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Ist er? Oh, Gott. Finish nicht, finish nicht. Komm, Adi, erst one shot. Du bist im Arsch. Oh, Digga, der Typ ist so lost. Was macht der da? Digga, wo ist Adi? Gelandet. Mach mal Gruppe um... auf öffentlich. Was nicht? Gib mir mal Goodman, oder mach mal Gruppe auf öffentlich. Ah, dann bin ich wieder du. Sali, mach mich einfach anführe, dann ist die Gruppe automatisch öffentlich. Warte, dann geht das in der Träger gerade. Ja, dann mach mich. Egal, nicht schlimm, ja. Ist öffentlich, jetzt kannst du beitreten, der Andro. Ich bin so scheiße. Ja, okay, ich bin gleich ein Zeug. Wie alt bist du eigentlich? Wie alt bist du eigentlich? Wart man mich noch? Ja, man hält mich nicht. Okay. Die sind beide so low eigentlich. Schießt mit MP auf den oben rechts. Ja, 20 Leben. Ja. Das war dieser Typ. Das Lern-Tro drin. Ja, ihr könnt ready machen. Hey, ich wurde aus dem Match rausgezogen. Also ich bin aus dem Match geflogen. Okay, Lern-Tro bist du da? Ach so, hä? Ist das dein Freund? Ja. 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 Lern-Tro, was los? Beobachtung, warum Beobachtung? Hä? Der Snap auf mein Auto? Ah ja? Ja. 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 Der hat auch Quirschkruz genommen. Seid ihr in der Runde? RedRazor, mach mal bereit. Ja. Ja. Jetzt haben wir einen Partner mit. Macht mal alle ready. Mach doch halt den. Mach doch halt den. Ja, ich hab ready. Oder ne, ich hab irgendwie voraus. Und ich geh einfach jetzt. Fuck you. Ich lass gleich zu ihm raus. Ach, wie das ist. Ich hab nicht im hinterher gesch 포zt. Ja. O-o-o-o-o! Was ist das? Wem ist es? Oh, zu lazy. Kann ein Freund auf ihn ziehen? Nein, ich glaub nicht. Leandro, redest du? Ja, weißt du nicht? Ja, man hört dich. Man konnte dich über Party nicht hören, Leandro. Ja. Was? Man konnte dich eben über Party nicht hören. Ja, ich bin der Kiste. Äh, wie ist die Kiste? Wenn ich da bin, ist der Kiste. Äh, ich bin der Kiste. Ja, ich bin der Kiste. Ich hab mir eine Kiste. Ich hab mir eine Kiste, hallo? Das heißt, eine graue Piste, oder? Nein. Ja, mach das sofort aus. Kick ihn, kick ihn, kick ihn! Ich mach jetzt Party-Chat. Ist mir egal. Digga, welcher Spass, die tritt mir in die Gruppe bei. Mach Copyright-Sounds an, alter. Ey, alter. Hat, hat dir jetzt die Scheiß-Copyright-Musik ausgemacht? Digga! 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 Der ist lost, der mich gegrillt hat. Der ist lost. Der hat 105er Hit. Oh mein Gott, ich hab keiner mit. Digga, was connectet denn? So. Start, start. Ein Held! Oh! Digga, hat einen HP, Eleon, froh, der eine. Sieben hat der. Sieben. Sieben, sieben HP. Der untere. Andro. Wolle, schält es nicht. Ringo. Biedermann, moin. Oh, das hat er vor zwei Minuten geschrieben. Los, drei. Das war's. Digga! Komm, Leandro. Pull hoch. Leandro, geh, ist egal. Ah! 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 Ne, holh, schnell, hoch! Hol, schnell, hoch! Einfach! Jo, ja, jetzt kriegen wir die Cut von Adi nicht mehr. Wow. Sorry, Adi. Sorry, Adi. Egal. Egal. Nein. Hast du Snipermonie? Leandro? War das da grad'n Gegner? abstauben Nein. Nein, da, da, da. Nein, da, da, da. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Guck mal, wir ziehen aber doch voll. Der Tick Slayer, bist du kallend? Bitte. Nein. Hallo? Hallo. ich habe auch acht zuschauer gerade also an alle erst mal herzlich willkommen und kein custom games kann ich jetzt mal schön ja klar die falle lernt er überlebt mit fünf leben bei der one shot gibt mir nur ein paar seit welcher season spielst du ich spielte seit ende season 3 die kommentare nicht kann ich jetzt mit spielen halle soll ich kommen ja du lösst nicht kommen wir sind schon ich gehe zurück zur lobby wir spielen creative wir spielen creative kann ich bitte gruppmann führer geben geben kannst du nein wir spielen kann gruppenkeile wenn die gruppenkeile spielen wollten dann spielt das nicht mit mir könnt ihr lobby warten du kannst beitreten gruppe ist auch öffentlich ist egal ob wir lobby sind oder nicht ich habe auch keine weitere fahrein 96 französchen so wie eins gegen eins spielen ne bitte nicht ich bin kacke wieso ist kacke wieso weiß ich nicht hast du mich schon abonniert das ist nicht so wie ein paar ich bin nicht so wie ich bin die ganze Zeit ja ich bin das ihr reicht schon und kommen alle in der in ich bin ich leider es sind ich bin ich ich bin ich hab gerade sie mit der Schuhe auf als das hilft äh 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 ja wahrscheinlich so mit 30 Leuten oder was das ist mir gut geht noch abgüller du musst du schildschild ich will es jetzt in einem Diener unbekannt umgekommen 3 3 3 3 3 3 Ja er 2 1 4 6 8 ich heiße er kann okay er kann mal gucken weil er im copyright musik an hatte ich habe eigentlich ganz okay gut wir machen mit runterschießen an er in ein mit ein das ist in der er hat die aus dem soll ich gegen die von den oder er ist der Schuss das ist Hey, ich komm gleich mal wieder! Hey! 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 Wie kann man denn so egolos sein und mit Copyright Musik reinkommen? In Stream! Wie kann man so egolos sein und wie du und mich töten? Bist du das? Also, äh... Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Kann doch nicht mehr! Ich bin so schlecht! Schade! Wie kann man so ehrenlos sein? Nein! Du! Ich bin so schlecht! Sie sind nicht komplett! Ich bin eh nicht! Ich bin eh nicht! Ach, laufbar! Ach, nein! Warum?! Nein! ich habe mich in export und schwarzer ich habe keinen seltenen er ist weil ich um sie liebsten ich habe ich will leben wir haben mit dem abdruck und hier steht es nicht und gibt es in der wohnpunkt ja auch so bloß mit Treffen halt also sind die Leute, der eine Typ ist gestorben wuhuhuhuuhu äh das ist immer mehr dann die nur Luft nehmen unmöglich wer hat das an? schluss 1 2 3 1 2 1 1 1 der die die ganze Zeit bei serpentine mach ich die Gruppe auf privat der stream schreibt mich doch noch wie bist du gestorben zu schlacken und ich hab auch mit der haare das ist auch mit dem auch so rechtlich je es gibt es zu haben wir sind nur und auch bei mir nicht egal Ja, geht bei mir nicht hin. Oh, die Traktik, Digger. Hä, warum baut der denn hier kein Hütchen drüber? Keila, kannst du bitte Gruppen auf den Waffen machen? Ja, mach ich gleich. Ich schlägt uns. Yay. Ich schlägt uns. Ich kann kein Hängegleiter einlesen. Ja, danke. Ich muss doppelt drücken. Ah, da bist du noch da? Ja. Ich kann drum. Ich muss doppelt drücken. Ach, mit. Was? Wie heißt dieser Achmed? Ich kick den jetzt. Wie heißt dieser Achmed? Jeder, das heißt so. Ich schluss mich mal. Ja, und hallo. Toxic, danke schön, du Hurensohn. Heilbruch, kann ich mitzocken, bitte, bitte, ja, gerne, erde mich. Schreib einfach Epic rein, ohne Ausrufe, zeichne ich, mein Apport schreib ich hier rein. Oh mein Gott, ich schluss mich mal rum. Ich schluss mich mal rum. Digga, gönn doch wenigstens den Kill. Ach, ja. Gönn doch wenigstens den Kill. Ach, ja. Gönn doch wenigstens. Ja, ich. Ja, ich. Ich bin der, der mit dir spielen wollte. Oh, krass. Hey. er muss der andere ich habe mich doch dann hat er aber wenigstens er hatte den russmann ich gehe jetzt auch so dumm dass diesen scheiß typen zu gucken muss der bei mir im video copy ich habe eine der vorgeschlagenen ich muss jetzt aber ich bin der hacker die seiten die nur so cool machen wobei die ich kann nicht so halten ich habe einen hat Come on. Hä? Hallo? Hallo? Digga, es ist so unnötig. Hab Abo jetzt, du Keuzi, hab dich auch abonniert jetzt. Okay, noch eine Runde, dann gehe ich auf, Jungs. Dann muss ich leider aufgehen. Kannst du morgen noch auf? Äh, morgen, ja, wahrscheinlich. Es wäre auf jeden Fall Ehre, wenn ihr mich noch mal alle abonniert, die es nicht getan habt. Dann verpasst ihr mich. Aber du kannst nicht. Ja, ich streame. Im Office Stream ist halt, wann ich streame und so, digga, ja. Kannst du mal, also du wolltest doch mit deinem Juma gehen. Pistelwichtiger. Wie alle auf mich wieder gehen. Digga. Wir sind nicht mehr im Zweiten Weltkrieg, alter. woic, hier. Was imprudet? Hab Abo jetzt, Digga. Hab Abo! Ja, ein Mini, ja, wow digga. digga er gönnt nicht er gönnt nicht einfach es gibt die europäische Wir sind auf dem Weg. Digga, krieg mal bitte Reifax. Ähm, Tick, Tick, Tick. Tick, Tick, Tick. Wer bitte krieg ihn noch? Wen? Reifax, they're gonna join us. Ey, nein, bitte, der Schirr. Digga, der ist so schalt. Der Reifax, bitte krieg ihn noch. U de Schirr. Digga, der wird jedes Mal respawn. Er regt die ganze Zeit darüber. Ich lass dich mal. Danke, weil ich einen HP habe. Entschuldigung. Ich bin auf jeden Fall. Ouhh, wo geht der Lampo? Das ist schon schalte. Tick, weiter. Digga, der Straße fällt. Man ist nicht ein wenig. Man hat er. 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 ich habe überlebt so tschau leute ich gehe jetzt auch das war's mit dem stream ich hoffe er hat euch gefallen tschau tschau